Jules Verne Die geheimnisvolle Insel Erster Theil Die Schiffbrüchigen des Luftmeeres Ein Abenteuerroman aus dem Jahre 1877 Steigen wir wieder – – Nein, im Gegenteil, wir gehen herab – – Noch schlimmer, Herr Cyrus, wir fallen – – O Gott, so werfen Sie Ballast aus – – Das ist der letzte schon entleerte Sack – – erhebt sich der Ballon – – Nein – – – Ich höre etwas wie Wellengeplätscher – – – Unter der Gondel ist das Meer – – – Und höchstens hünfhundert Fuß unter uns – – – Da schallte eine mächtige Stimme durch die Luft, und erklangen die Worte – – Alles, was ein Gewicht hat, hinaus damit, alles, und dann sei Gott uns gnädig – – – Dieser Zuruf verheilte am 23. März 1865 gegen vier Uhr nachmittags über der Wasserwüste des Pazifischen Ozeans in den Lüften. Gewiß hat noch niemand den verheerenden Nordoststurm vergessen, der zur Zeit der Frühlingsäquinoxion jenes Jahres ausbrach und welchen ein Sinken des Barometers bis auf siebenhundertzehn Millimeter begleitete. Unausgesetzt wütete jener vom 18. bis zum 24. März. In Europa, Asien und Amerika richtete er in einem 18. Meilen breiten, den Äquator schief durchschneidenden Striche von 35 Grad nördlicher bis zu 40 Grad südlicher Breite ungeheure Verwüstungen an. Zerstörte Städte, aus dem Boden gerissene Wälder, durch darüber gestürzte Wagenberge verheerte Ufer, gescheiterte Schiffe, welche des Bureau Veritas nach Hunderten zählte, ganze, durch Wasserhosen nivellierte Landstrecken, tausende von Menschen, die auf dem Lande umkamen oder vom Meere verschlungen wurden. Das waren die traurigen Spuren, welche dieser wütende Orkan auf seinem Wege hinterließ. An Zahl der Unfälle übertraf er noch jene, die über Havana und Guadeloupe, der eine am 25. Oktober 1810, der andere am 26. Juli 1825 hereinbrochen. Während dieser vielfachen Katastrophen auf dem Lande und dem Meere spielte sich auch in den wild bewegten Lüften ein ergreifendes Drama ab. Vor dem Gipfel einer Trombe gleich einer Kugel auf dem Fontänenstrahle getragen und von der wurmförmigen Bewegung der Luftmassen erfaßt, flog ein Ballon in fortwährender Drehung um sich selbst, mit der rasenden Schnelligkeit von neunzig Meilen in der Stunde, gleich 46 Meter in der Sekunde oder 166 Kilometer in der Stunde, durch den unendlichen Raum dahin. Unter demselben schaukelte eine Gondel mit fünf Insassen, die inmitten der dichten, mit Wasserstaub vermengten Dünste, welche über den Ozean dahin jagten, kaum sichtbar war. Woher kam dieses Luftschiff, dieser Spielball des entsetzlichen Sturmes? An welchem Punkte der Erde war es aufgestiegen? Während des Orkans selbst konnte es doch wohl nicht abgegangen sein, denn jener währte schon fünf Tage lang an und ging seine ersten Anfänge bis auf den 18. März zurück. Gewiß mußte der Ballon von sehr weit herkommen, da er binnen vierundzwanzig Stunden mindestens zweitausend Meilen zurücklegte. Jedenfalls stand den Passagieren kein Hilfsmittel zu Gebote, den seit ihrer Abreise zurückgelegten Weg abzuschätzen, da ihnen jedes Merkzeichen dafür abging. Ja, sie befanden sich sogar in der sonderbaren Lage, von dem Sturme, der sie entführte, nicht das geringste gewahr zu werden. Sie flogen eben weiter, drehten sich um sich selbst und bemerkten weder etwas von der Drehung noch von ihrer horizontalen Fortbewegung, da ihr Blick die dichten Nebelmassen, die sich unter der Gondel zusammenballten, nicht zu durchdringen vermochte. Die Dunkelheit der umgebenden Wolken war eine so große, daß sie nicht einmal Tag und Nacht unterscheiden ließ. So lange sie in hohen Luftschichten dahin schwebten, traf sie kein Lichtstrahl, trang kein Geräusch von der bewohnten Erde, kein Rauschen des empörten Meeres bis zu ihnen hinaus. Nur ihr schneller Fall sollte sie über die Gefahren belehren, die ihnen über den Wassern drohten. Von allen schwerwiegenden Gegenständen, wie Waffen, Munition, Lebensmittel usw. entlastet, stieg der Ballon viertausend Fuß in die höheren Luftschichten auf. Nachdem sie das Meer unter ihrer Gondel gesehen, hielten sich die Passagiere in der Höhe für weit weniger gefährdet als in der Tiefe, zauderten keinen Augenblick, auch die sonst nützlichsten und notwendigsten Gegenstände über Bord zu werfen, und achteten nur darauf, kein Atom von der Seele ihres Fahrzeugs, dem Gase, zu verlieren, das sie über dem Abgrunde schwebend erhielt. Voll Unruhe und Angst verstrich die Nacht, welche für minder energische Geister tödlich gewesen wäre. Dann kam der Tag wieder, und gleichzeitig schien die Wuth des Sturmes nachzulassen. Mit der Morgenröte des vierundzwanzigsten März hoben sich die durchsichtiger gewordenen Wolkenmassen. Nach wenigen Stunden zerriß die Trombe. Der Wind verwandelte sich aus einem Orkan in eine steife Brise, d.h. seine Schnelligkeit verminderte sich etwa um die Hälfte. Noch heute man ihn zwar mit dem Seemannsausdrücke einer Drei-Reff-Brise bezeichnen können, immerhin ließ der Kampf der Elemente aber recht fühlbar nach. Gegen elf Uhr hatten sich die unteren Luftschichten vollkommen aufgehellt. Die Atmosphäre zeigte jene nach stärkeren meteorischen Erscheinungen gewöhnliche Sicht und fühlbare feuchte Durchsichtigkeit. Der Orkan schien nicht weiter nach Westen gereicht zu haben, sondern in sich selbst zugrunde gegangen zu sein. Wahrscheinlich endete er nach dem Bruche der Trombe in elektrischen Entladungen, wie es auch von den Taifuns des Indischen Meeres bekannt ist. Zu derselben Zeit ward man aber aufs Neue gewahr, daß der Ballon langsam zu den unteren Luftschichten herabsank. Es schien sogar, als falle er zusammen und zöge sich seine Hülle in die Länge mit Übergang aus der Form der Kugel in die eines Eies. Gegen Mittag schwebte das Luftschiff kaum noch zweitausend Fuß über dem Meere, jenes faßte fünfzigtausend Kubik Fuß und konnte sich, dank seiner Kapazität, sowohl lange Zeit in der Luft halten, als auch sehr bedeutende Höhen erreichen. Die Passagiere warfen nun die letzten Gegenstände aus, welche die Gondel beschwerten, einige bis hierher aufbewahrte Nahrungsmittel, alles bis auf die Kleinigkeiten, die man in den Taschen zu tragen pflegt. Einer von ihnen war in den Ring geklettert, an den die Fäden des Netzes geknüpft sind, und suchte dieses Anhängsel des Luftschiffs möglichst verlässlich zu befestigen. Augenscheinlich vermochten die Passagiere den Ballon nicht mehr in der Höhe zu erhalten, und fehlte es ihnen an Gas. Sie waren so gut wie verloren. Kein Festland, keine rettende Insel erhob sich aus dem Wasser, kein Landungsplatz, an dem der Anker hätte haften können. Unter ihnen dehnte sich nur das unendliche Meer, dessen Bogen sich mit dem schrecklichen Ungetüm dahin wälzten. Der Ozean ohne sichtbare Grenzen, nicht einmal für jene Umschauer in der Höhe, deren Blicke einen Umkreis von vierzig englischen Meilen nach jeder Seite hin beherrschten. Es war jene vom Orkane ohne Erbarmen gepeitschte Wasserwüste, die ihnen wie eine wilde Jagd entfesselte Wellen erschien, auf deren Rücken weiße Kämme schäumten. Kein Land war in Sicht, kein hilfeversprechendes Fahrzeug. Um jeden Preis mußte also dem Niedersinken des Ballons Einhalt gethan werden, um dem Untergange in den Wogen zu entgehen. Dieses so dringliche Vorhaben beschäftigte eben die Insassen der Gondel. Trotz aller Bemühungen fiel der Ballon aber mehr und mehr und trieb gleichzeitig mit dem Winde von Nordosten nach Südwesten in rasender Schnelligkeit dahin. Es war eine schreckliche Lage, in der sich die Unglücklichen befanden. Nicht mehr Herren ihres Luftschiffs stand ihnen auch kein wirksames Hilfsmittel zu Gebote. Die Hülle des Ballons schwoll mehr und mehr ab, das Gas entwich durch dieselbe. Sichtbar beschleunigte sich der Fall, und kaum sechshundert Fuß trennten die Gondel noch vom Ozeane. Das Entweichen der Füllung, die durch einen Riß des Aerostaten ausströmte, war aber nicht zu hindern. Und durch Erleichterung der Gondel hatten die Passagiere sich zwar noch etwas länger in der Luft halten können, aber doch nur um einige Stunden. Die unvermeidliche Katastrophe war eben nicht abzuwenden, und im Fall vor Eintritt der Nacht kein rettendes Land auftauchte, mußten Passagiere, Gondel und Ballon ihren Untergang finden. Eine einzige Hilfe gab es noch, und zu dieser griff man in diesem Augenblicke. Offenbar waren die Passagiere des Luftschiffs energische Leute, die dem Tode unerschüttert ins Auge sahen. Kein Laut drängte sich über ihre Lippen. Sie hatten beschlossen, bis zum letzten Atemzuge zu kämpfen und nichts unversucht zu lassen, um ihren Fall aufzuhalten. Die nur aus Korb weitem Geflecht bestehende Gondel war untauglich zu schwimmen und hätte auf keine Weise über Wasser gehalten werden können. Um zwei Uhr schwebte das Luftschiff kaum noch vierhundert Fuß über den Wellen. Da erschallte eine Stimme, die eines Mannes, dessen Herz keine Furcht kennt. Ihr antworteten nicht minder entschlossene Stimmen. »Ist alles ausgeworfen.« »Nein, noch sind zehntausend Frau in Gold hier.« Sofort fiel ein schwerer Sack ins Meer. »Steigt der Ballon.« »Ein wenig, er wird bald genug wieder sinken.« »Was können wir weiter über Bord werfen?« »Nichts.« »Doch, die Gondel selbst.« »Schnell, alle an die Stricke und die Gondel ins Meer.« In der Tat lag hierin das äußerste Mittel, den Aerostaten zu entlasten. Die Stricke der Gondel und dem Ring wurden durchschnitten, und noch einmal schoß der Ballon zu einer Höhe von zweitausend Fuß empor. Die fünf Passagiere hingen in den Schnüren oberhalb des Ringes und hielten sich an den Netzmaschen über der entsetzlichen Tiefe. Das so empfindliche Bestreben eines Luftschiffes nach der Gleichgewichtslage ist bekannt, ebenso wie die Erfahrung, daß man nur den leichtesten Gegenstand auszuwerfen braucht, um eine Bewegung in vertikalem Sinne hervorzurufen. Ein solcher in der Luft schwimmende Apparat stellt gewissermaßen eine mathematisch richtige Waage dar. Es leuchtet also ein, daß seine plötzliche Entlastung von einem beträchtlichen Gewichte ihn weit und schnell empor treiben muß. Derselbe Fall trat eben jetzt ein. Nach einigem Auf- und Abschwanken in den höheren Luftschichten aber begann der Ballon wieder zu fallen, da der Riß, welcher dem Gase den Austritt gestattete, nicht zu schließen war. Die Passagiere hatten gethan, was in ihrer Macht stand. Nun gab es kein Mittel weiter, sie zu retten, und sie hofften nur noch auf die Hilfe der Vorsehung. Um vier Uhr strich der Ballon wiederum nur vierhundert Fuß über dem Wasser hin. Da erschallte ein lautes Gebell. In Begleitung der Passagiere befand sich auch ein Hund, der neben seinem Herrn in den Maschen des Netzes hing. »Top muß etwas gesehen haben!« rief einer der Passagiere. Bald darauf ertönte auch eine markige Stimme. »Land! Land! Land!« Vom Anbruch des Morgens an hatte der Ballon, den der Wind unausgesetzt nach Südwesten trieb, eine gewaltige, nach Hunderten von Meilen zu berechneter Entfernung durchmessen, als jetzt in seiner Fluglinie ein ziemlich hoch ansteigendes Land in Sicht kam. Noch befand es sich freilich gegen dreißig Meilen unter dem Winde, und einer guten Stunde bedurfte es wohl, dasselbe zu erreichen, vorausgesetzt, daß der Ballon nicht aus der Richtung kam. Eine Stunde! Würde das Luftschiff sich nicht vor Ablauf dieser Zeit vollkommen entleert und seine Tragkraft eingebüßt haben? Das war die schreckliche Frage. Deutlich sahen die Passagiere den Punkt, den es um jeden Preis zu erreichen galt. Ob jener zu einer Insel oder zu einem Kontinente gehörte, sie wußten es nicht, ja, sie kannten kaum die Richtung, in welcher der Orkan sie verschlagen hatte. Ob jenes Stück Erde aber bewohnt war oder nicht, ob es ein gastliches Land oder nicht, sie mußten es zu erreichen suchen. Seit vier Uhr konnte sich niemand mehr darüber täuschen, daß der Ballon keine Tragkraft mehr hatte. Er streifte schon dann und wann die Oberfläche des Meeres. Mehrmaß belegten die Kämme der enormen Wellen das untere Strickwerk, vergrößerten dadurch sein ursprüngliches Gewicht, und nur zur Hälfte hielt sich der Ballon noch aufrecht wie ein flügellahm geschossener Vogel. Eine halbe Stunde später winkte das rettende Land in der Entfernung von nur einer Meile, doch jetzt barg der erschöpfte, schlaffe, langgestreckte und tiefe Falten schlagende Ballon bloß noch in seinen obersten Teilen etwas Gas. Auch die in den Schnüren hängenden Passagiere belasteten ihn zu sehr, und bald tauchten diese halb ins Meer und wurden von den wütenden Wellen geschüttelt. Die Hülle des Luftschiffs bildete eine den Wind fangende Tasche und trieb das Ganze wie ein Fahrzeug dahin. Vielleicht erreichte es auf diese Weise die Küste. Nur zwei Kabellängen von dieser entfernt ertönte plötzlich ein gleichzeitiger Aufschrei aus vier Kehlen. Der Ballon, von dem man ein wiederholtes Erheben nicht vermutete, machte einen unerwarteten Sprung, nachdem ihn ein mächtiger Wasserberg getroffen hatte. So, als ob er plötzlich weiter entlastet worden sei, schnellte er bis fünfzehnhundert Fuß in die Höhe und begegnete dabei einer Art Luftwirbel, der ihn statt nach der Küste nur auf derselben Stelle mehrmals herumdrehte. Nach Ablauf zweier Minuten aber sank er in schräger Linie und fiel endlich außerhalb des Bereichs der Wellen auf den Ufersand nieder. Die Passagiere halfen einer dem andern aus den Maschen des Netzes. Der von ihrem Gewichte befreite Ballon wurde wieder vom Winde ergriffen und verschwand, wie ein verwundeter Vogel, der noch einmal auflebt, in den Lüften. Fünf Passagiere und einen Hund hatte die Gondel getragen, nur vier warf der Ballon ans Ufer. Der Fehlende war offenbar durch den anschlagenden Wasserberg mit fortgeführt worden und hatte dem dadurch erleichterten Ballon Gelegenheit gegeben, sich zum letzten Mal zu erheben und dann das Land zu erreichen. Kaum setzten die vier Schiffbrüchigen, denn diesen Namen verdienten sie wohl mit allem Umrechte, den Fuß aufs Land, als sie bemerkten, daß einer von ihnen fehle, und riefen »Wahrscheinlich sucht er sich durch Schwimmen zu retten! Zuhilfe! 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 Zuhilfe!